Im besten spiel nach der aufstiegsrede was ich gesehen habe saudi arabien was ist mal die u20 Das 4 zu 3 für mali ausgeht also krass game Also jetzt no joke das ist ein krasses game gewesen Damit hat mal die gute chance weiterkommen also sehr gute chancen und ganz kurz um zu sagen 1 0 saudi 2 0 saudi 2 1 mali 2 2 mali 3 2 saudi 3 3 mali 4 3 mali Und mal die hatte 4 3 geschossen wurde nicht gegeben das tor haben sie noch mal das 4 3 geschossen Mali hat das spiel krass aufgeholt ist damit aktuell zweiter Und durch durch dieses ergebnis ist jetzt frankreich sicher weiter glückwunsch frankreich fürs weiterkommen Und mali Hat gute chancen nur noch panama kann ja von mali panama spiel im letzten spiel gegeneinander also mali kommt entweder weiter oder panama abhängig wer von den beiden gewinnt saudi arabien ist damit ausgeschieden